Oh mein Gott, Freunde, wir sind beim United Voting dabei, wenn ihr wählt, dann kann ich da mitmachen. Ich bin sowas von aufgeregt, ich kann das einfach nicht aus... Beruhig dich jetzt mal. Wie soll ich mich denn bitte beruhigen, das ist das Event, das geht einfach nicht, ich kann... Ich hab gesagt, beruhig dich jetzt. Chef, ich glaube, er ist jetzt beruhigt. Sieht mir aber nicht so aus. Jetzt ist er wirklich ruhig. Allen lieben Freunde und auch Debo Scott gleichzeitig. Wenn ihr diesen jungen Mann auch demnächst beim United sehen wollt, dann geht in den Link bei der Beschreibung hier unten. Oder geht direkt auf das Video von GamerBrother und dann, der hat auch den Link da drin. Geht auf den Voting-Link und votet für diesen durchschnittlich gut aussehenden, lebensfrohen, manchmal lebensfrohen jungen Mann. Sagt das auch euren Freunden und Verwandten und dann euren Eltern und dann eure Großeltern und dann den Cousins. Und dann der Cousins soll dein Cousins sagen. Weil das ist ganz normal, du kannst sprechen mit deinen Cousins. Also mein Cousin ist jetzt nicht so cool. Der hat immer gefragt, ob ich Kaugummi hab und ich hab immer Kaugummi gehabt. Ich hab denen auch immer Kaugummi gegeben und dann meistens war das auch mein letzter Kaugummi. Aber der hat dann gekaut immer und nach zwei, drei Minuten hat der Kaugummi wieder ausgespuckt. So voll... Alter Scheiß Cousin halt. Aber ich bin mir sicher, dein Cousin ist bestimmt cooler als mein Cousin. Was ich eigentlich da mit dem Grundkonzept sagen will. Voted for him. Und eure Cousins auch. Und der Cousin ist einer Cousins. Und wenn du ein Kaugummi hast, gibt's den nicht. Bro, hast du noch ein Kaugummi? Ich schimpf schon oft mit dem, aber ist halt trotzdem mein Cousin. Bro, hast du vielleicht noch einen? Du gehst jetzt ganz schnell aus dem Zimmer raus, oder? Ich komm mit dem Zimmer in dein Zimmer rein. Und jetzt hab ich noch einen kleinen Song für euch. Genießt den Song. Kurz geht raus, Dibos Squad, Jungs. Es wird endlich Zeit, mich für United mal zu melden. So einen Kandidaten wie mich hattet ihr nur selten. Früher einmal war es noch United, mit Hand of Blood. Dieses Mal macht Dibos euch mit einer Hand nur Platz. Wie es für euch wird, schmerzhaft, ich bin ehrlich. I am Willy Early, so wie dieser Illy Nörlich. Dibos ist jetzt endlich da, um das Format mal aufzupappen. Somit kann sich keiner vor Dibos Fifas Crenches retten. Lasst den Typen rein, er zeigt euch, wie man fliegt. Für mich gibt es keine Freundschaft. FIFA ist wie Krieg. Es wird Zeit, dass wir ein Zeichen setzen. Ich bin nicht nur irgend so ein Eckrem. Auch der letzte Kandidat checkt jetzt. Vor Dibos Fifa gibt es kein Wegrennen. Ihr bekommt alle euer Fett weg. Ihr bekommt alle einen Diss-Track.